so meine lieben da sind wir wieder zurück ich begrüße euch recht herzlich zur nächsten und vielleicht letzten runde für heute diablo 4 wir machen das von bisschen von euch abhängig ihr nachher noch bock habe auch eine weitere stunde dann dann gucken wir mal wo landen wir denn jetzt wir landen jetzt bei 23 uhr fünf könnte man noch könnte man auch machen bis bis null ich gucke kurz in den chat sie beschreibt der song ist nice wer ist denn das das ist jan hegenberg mit dem album epic loot mit dem lied ich glaube du meintest das erste männer von ehre kuren schreibt hört sich an wie schandmaul ich kann mal war das nicht so ein bisschen mittelalterlicher unterwegs k schreibt war das nicht der horde sänger ist das korrekt das ist der jan hegenberg das ist der horde sänger die horde rennt und so das kennt man ganz gut von ihm da der draggy what the fuck ihr seid noch wach ja sicher doch wir sind hier seit entspannten vier stunden 35 minuten am start vegas grüße gehen raus nabend und auch die ein herzliches willkommen hier bei unserem kleinen stream gegen die einsamkeit wir waren im letzten völkchen dabei hier die gute dame zu suchen die sich bestimmt hier oben befindet ich bin mir sehr sicher gehen wir noch mal wieder los der draggy ich war noch im gym als das hier los ging ja ist gar kein problem wir ziehen heute durch wir müssen bisschen progress machen diese beta läuft ja nicht ewig da musst du mitnehmen was geht mitnehmen was geht bedeutet dass das nächste woche ein bisschen was ausfällt ja aber du da muss man dann durch hauptsache ich schaffe es morgen noch elden ring auf aber riesen ist schon aufgenommen und hogwarts legacies auch schon aufgenommen wie heißt das andere da mass effect andromeda sowieso schon fertig also ein bisschen was kommt ja kommt momentan eh viel zu viel wenn man ehrlich ist muss dringend wieder runter gefahren werden dringend wieder versuche das jetzt auch hinzubekommen sind einfach zu viele games da aber ich habe echt probleme das zeitlich irgendwie hinzukriegen der daten schreibt ich habe mein training um 11 uhr 30 begonnen und erst um 19 uhr das geben wieder verlassen weil ich kein leben habe das ist verdammt lang also wenn ich ins geben gehe dann beginnt mein training um 12 uhr 35 und ich verlasse es 45 minuten später seht die wahrheit die im inneren liegt dreigesichtige statue die ist bestimmt irgendwo hier drin guck mal da verdunkelter heim wisst ihr bescheid kuren schreibt genau du schaffst hat aber sowieso nie einzuschränken ja es ist sogar noch schlimmer geworden das ist ja das schlimme weger schreibt haupts habe ich schon durch mega geiles game ich bin noch nicht ganz durch ich bin jetzt erst beim herbst angelangt aber bis jetzt kann ich das unterschreiben es ist wirklich verdammt gut also ich wusste schon dass es gut werden wird weil das studio das hat gemacht hat bekannt ist für gute qualität und ich hätte aber nicht gedacht dass es so krass detailverliebt ist und mit so vielen kleinen hinz alleine diese quest die heißt folge den schmetterlingen die ne fucking anspielung darauf ist dass ron in einem der filme meint wieso müssen wir den spinnen folgen harry warum können wir nicht mal schmetterlingen folgen holy shit wie detailverliebt kannst du sein antwort ja wahnsinn wahnsinn wirklich nur wahnsinn und dann ist das kampfsystem so cool das war ja so die größte angst die man hatte wird das kampfsystem cool werden weil es sah optisch zwar beeindruckend aus aber so vom zusehen hat man sich auch so gefragt wird das nachher auf lange sicht spaß machen und meine güte ist das kampfsystem gut ist einfach es passt halt einfach alles ja die welt ist cool das erkunden macht spaß es ist alles voll mit open world gedöns aber nicht nervig sondern schon so du freust dich über deine aufgabe mehr links und so das ist nicht so dass es dir auf den kopf gehen würde das ist nicht übertrieben viel du verachten by the way leute wir nähern uns aber ich glaube wir schaffen das max level nicht also wenn wir morgen nicht noch mal ein bisschen zeit finden dann sehe ich das nicht einmal gucken wir sind ja auch noch nicht durch also ist ja noch ein bisschen was so jetzt lassen wir eben gucken hier sind wir durch oder kann ich das auswählen brutale wird das haben wir ja schon was machen wir denn jetzt noch jetzt müssen wir wieder mal neues nehmen den hammer der urahn könnten wir mal benutzen was ist das druckpunkt ich glaube nehmen den hammer oder der rein springen der sprung ist auch ganz cool gibts dennoch tritt kriegsschrei sondern der stimme ansturm ist auch nice rum ist eigentlich ganz geil so zum eröffnen dann rein wir können natürlich auch den schlachtruf noch verbessern wo sind der da schlachtruf macht euch unaufhaltsam solange er aktiv ist unaufhaltsam klingt geil ist jetzt die frage fuchs ist ein havelpuff ich liebe havelpuff also wegas welches haus hast du gewählt tatsächlich habe ich havelpuff gewählt ich die kriegen viel zu wenig aufmerksamkeit ist einfach mega die entspannten juts ist einfach so havelpuff ist einfach geil die sind einfach gechillt die haben nicht so große anforderungen an sich selbst aber sind fleißig sie stehen zueinander und helfen sich gegenseitig sind gut drauf trinken gern mal bierchen und so ne das sind einfach die chiller klar die haben nicht so viel aufmerksamkeit und so aber die sind einfach vom mindset her sind dass die china die erreichen trotzdem viel aber sind halt ganz entspannt und machen sich dabei nicht kaputt sind nicht so eine workaholics die lassen auch mal die seele baumeln will ich einfach nur gut das habe ich natürlich gewählt ja ich wäre aber in ravenclaw gelandet was natürlich von der farbe und dem pöbelchen drauf mich eigentlich mehr ansprechen hätte müssen trotzdem bin ich dann aber freiwillig in nach havelpuff gegangen weil ich da eigentlich auch wohnen wollte hallo wegas schreibt ich bin ravenclaw siehst du da sind aber irgendwie viele auch gelandet meine kollegin hat es auch oder sollte auch in ravenclaw landen hat sich auch dafür entschieden die ist hat auf einmal in ravenclaw durchgespielt hat jetzt in der zweite runde gestafft als havelpuff okay schrei kenne auch wen der es gesuchtet hat wie dolle und traurig war dass ich es nicht spielen kann es viel es viel schwer nichts entschieden zu spoilern beim rumschwärmen ja es ist schwierig ne also man kann natürlich die ganze story versuchen zu ignorieren aber selbst meine kollegin auf arbeit ist jetzt halt durch meinte mann du musst mehr gas geben ich brauche wen zum reden und mein ich sage ja ich erzähle das ja gerade und dann geht es nicht so schnell weil ich ja immer will dass die kommentare dann auch wirkung zeigen deswegen geht es halt immer nur in sieben folgen pro woche weiter meinst du auch so nein aber dann dauert es so lange dass ich wieder vergessen habe worüber ich reden will das ist dann immer der nachteil aber ohne spaß ich kann das nur unterschreiben wenn man irgendwie ein bisschen was mit dem universum anfangen kann der daddelt reggie schreibt um es mit den worten von körper zu kommentieren wer ist fröhlich darüber haffelpuff zu sein ich habe es mir anders überlegt du bist griffindor deine kollegin sollte ich nicht machen das ist ein guter plan können wir uns dann später noch mal zusammen ich darf die suche nach neyrel machen wir machen wir machen wir machen wir wir scheinen hier richtig zu sein ein großer in eine illusion kreated by the horadrim the portal will need you through this darf ich erfahren wer du bist und kann ich eben noch bevor wir durch das portal gehen wie kennt das ja schon ich kann jetzt nicht einfach da durchgehen das funktioniert nicht ich du das genießen deswegen gucken wir uns eben noch den rest an der noch lauert und dann gehen wir durch das portal okay das ist wie das ist das lässt sich nicht vermeiden da ist sind bestimmt noch tolle sachen ich sag's euch das nächste legendäre item könnte dort lauern ja erinnerung deine schlafenszeit ist auf 23 uhr gestellt ja ja heute gehen wir ein bisschen später ins bett ich fühle das schon und ihr fühlt es auch das ist uns gemeinsam das gute ist morgen muss ich nicht so viel gartenarbeit machen da ist vielleicht noch gut zeit nach der kreise als eltern ringen also müssen ist der falsche begriff ich darf wieder in sehr gehypt braucht macht gerade richtig viel fangen die riesigen ends hier das ist immer das sogenannte ending was hier gerade stattfindet wir haben vergessen wie unsere frauen aussehen ich habe vorhin gar nicht darauf geachtet wenn man stirbt verliert man eigentlich auch erfahrungspunkte das ist sowas das kann ich ja auch nicht ab ne also das macht ja fährt auf ex also und das das geht für mich gar nicht das ist das schlimmste was du mir antun kannst nach einem tod den erfahrungspunktebalken wieder runter zu drehen ja ne ne das geht einfach nicht das geht meiner meinung nach nicht kuchen schreibt morgen fällt bei mir wahrscheinlich auch die gartenarbeit weg angeblich soll es morgen hier regnen bei uns regnet es jetzt gerade aber ich muss morgen nur dinge tragen also wir haben halt so einen busch beschnitten also nur einen geisters schönheitsschnitt gemacht natürlich nicht komplett auseinandergebumst das macht man jetzt nicht mehr und die ganzen abgeschnittenen dinger müssen noch aufs osterfeuer getragen werden bis zum glück in sichtweite also ich kann es sehen von meinem garten aus schreien der verbindungen ja das bringt natürlich jetzt hier ja gar nichts mehr weil hier sind keine gegner mehr toll den habt ihr ja super platziert den schönen schreien der verbindungen in der sackgasse was soll das denn jetzt bringen toll komm schon ich brauche noch irgendwelche gegner weil es macht so bock dieses ding bam 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 da liebe den schreien der verbindungen so genannte ending vega schreibt ich zocke momentan die komplette reihe von the witcher durch bin gerade in the witcher 2 am suchen ah ehre richtig gute games wie hat dir witcher 1 gefallen muss direkt mal fragen viele können damit ja nichts anfangen für mich ist es persönlich von der atmosphäre her immer noch der beste teil er ist düster er ist erwachsen er ist schmutzig aber er ist natürlich grafisch jetzt nicht unbedingt gut gealtert ich habe ein paar mods drauf geschmissen um ihn ein bisschen schöner zu machen das kampfsystem ist halt richtig geschmackssache da sag ich mal wie es ist das ist halt nicht geil da stellst du auch easy und dann ist gut weil das spiel lebt nicht durch sein kampfsystem das kann man ruhig auf einfach stellen und dann klickt man sich da halt eben durch aber ansonsten davon abgesehen alter richtig nice game teil 2 war dann halt äh besseres writing meiner meinung nach es war dann deutlich besser geschrieben von den dialogen her und sah natürlich schon im vergleich zu teil 1 alter das war ja das waren ja weltten und teil 3 macht halt einfach alles das ist halt einfach nur noch ein epos das kommt ja dann bei dir erst noch nehm ich mal an und da hast du schon mal damals irgendwann reingepackt wenn du es noch gar nicht gespielt hast alter dann bin ich so neidisch auf dich also dieser moment witcher 3 das erste mal zu spielen und zu erleben das kannst du nur einmal haben und danach ist es halt vorbei ja aber da kommen ja auch neue games man darf ja hoffen die v-perfect hat ja einiges angekündigt und ich hoffe es wird gut es ist zwar nicht mehr der gute gerald aber das stört mich nicht unbedingt also gerald ist cool ich liebe gerald aber die mehr mag ich halt auch einfach nicht ganz so im diversumgang und ich kann auch mit nem witcher ohne gerald leben wenn es gut gemacht ist und es für ne geschichte erzählt oh oh die enden sind aber sehr ungut drauf was ist mit euch denn los Leute mal ein bisschen entspannt bleiben was geht mir los ich muss mal ein auf einmal angreifen ich hänge ich hänge ich hänge die haben aber ordentlich reingeballert ey die haben aber ausgeteilt die jungs meine herren meine herren so wie sieht es denn aus nicht gut oh gut schadenverfertigkeit in der kategorie grundlegen das ist gut das wussten wir eh ganz viel passt für den kampf gerüstet aber sowas von roher schädel schön dass auch diese steinchen alle wieder da sind es ist einfach nur herrlich gut ihr seht es hat sich gelohnt diesen kleinen abstecher nochmal zu machen noch ich habe sie gesehen das tut es hat sich gelohnt und ich das tut es wir ist wir nie ich wirklich schon mal ist es für mich So richtig, der Schaden kommt dann wieder nie raus, ne? Das zieht sich aber hier, du, wie Kaugummi. Ich sag's dir. Und noch. Jawoll. So lobe ich mir das auch. Gut. Was haben wir hier noch? Noch ein Krank. Das ist gut. Und auch Smiley. Ist aber hier halt los, ne? Ist aber auch was los hier. Meine Güte. So. Dich eben noch weggeballert. Zorniges Phantom. Ja, 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 ja. Oh. Immer im Kreis, ne? Also wenn ich dieser Barbar wäre, ich hätte mich so oft so viel und so genüsslich erbrochen. Unnormal. Vegas schreibt. Also ich bin ehrlich, ich fand ihn sehr gut. Das Kampfsystem war am Anfang so eine Sache. Oh. Aber. Man findet schnell rein. Ehre, das höre ich sehr, sehr gerne. The Witcher 2 habe ich damals auf der Playstation schon durchgespielt. War auch mega gut. Ja. Tatsächlich finde ich auch gut. Also die, die, es war alles ein bisschen kleiner so vom Gefühl her. Es war alles ein bisschen komponierter. Aber nicht schlecht. Es war ein bisschen unbalanciert teilweise. Also ich habe einen Kampf, der hat, äh, also ich würde ja niemals die Bild-Zeitung empfehlen. Aber Computer Bild hat trotzdem einen sehr guten Artikel über diesen einen Kampf in The Witcher geschrieben. Der einfach so mega, übel, ultra schwer ist. Im Vergleich, alles kriegst du easy hin und dann kommt dieser eine Kampf. Und da musste ich auch runterstellen. Ich war die ganze Zeit immer auf dem Mittel, aber bei dem Kampf habe ich dann auch gesagt, okay, komm. Das geht mir zu sehr an die Nerven. Das stellen wir jetzt auf easy und dann geht's weiter. Das war hier mit Leto unter diesem, in diesem Badehaus oder was das da ist. Das ist unnormal. Das ist einfach nur unnormal. Du kriegst alles easy hin. Also gut, easy, in Anführungszeichen solide. Und dann kommt dieser Leto-Kampf und der rasiert dich, aber auch, also meine Güte. Gib nicht umsonst viele Guides, wie man den irgendwie am sinnigsten angeht, um zu überleben. Aber davon abgesehen, Witcher 2, auch super. Vor allem auch so viele Anspielungen an die Bücher. Wahnsinn. So Leute, wir dürfen jetzt endlich durch das feurige Portal gehen. Name of your sex tape. So, rein geht's. Blutiger Wolf. Wir sind in einer Vision von Tristram. Na, endlich. Wir waren ja schon in Sorgen. Da ist der Brunnen. Und da ist Degard Cains Käfig. Oh mein Gott, das ist fucking Tristram. Ich raste aus. Das sieht nur nicht so schön aus, wie ich mir das erhofft hätte, aber trotzdem schön. Sprecht mit dem blutigen Wolf. Du bist echt ganz schön blutig. Und so wirklich hübschst du auch nicht aus. Wer bist du? Ein Admirer. Okay. Ich habe dich in den Mauten. Du hast dein Hohen verloren verloren und hast in die Kabe verloren. Ach, er war das. Du wirst dich zu sterben, wenn nicht für mich. Warum hast du mir helfen? Oh, es ist sehr einfach. Du willst Lillith stoppen, und ich will, dass du zufrieden. Aber du wirst das nie machen, indem du den Hohenrodrim folgst. Kurin schreibt hier gerade. Witcher 3 hat er gesagt. Ich habe es falsch gelesen. Witcher 3 hat sich auf dem Playstation gespielt. Auch sehr gut. Aber dann kennst du es ja schon. Dann wirst du es nicht nochmal neu erleben. Aber Witcher 3 auf der Playstation. Ich habe es auch auf dem PC gedaddelt, aber aus Neugierde habe ich es damals für die Playstation geholt. Ja, das lief auch echt solide. Man kann es halt nur nicht modden. Und ich musste mir unbedingt ein unendlich großes Inventar modden, sonst war ich nicht glücklich. Das ließ sich leider nicht vermeiden. Twitch hat sich gerade aufgehangen. Bin wieder da. Der Stream huckelt aber etwas. Also, ich gucke mal eben, aber mir ist zumindest alles nice, alles grün, alles gut. Es liegt dann also entweder mal wieder an Twitch. Diese Tür sieht ja mal richtig widerlich aus. Ekelhaft. Hm, wie die sich so aufgeglibbert hat. Warum erzählst du mir alles? Ich will dich warnen. Ein Tag wird kommen, wenn die Haradhrums entstanden. Nicht da sein, wenn sie es tun. Das Portal wird dich an der kleine Mädchen suchen. Dankeschön. Noch was? What is this place? Also, was ist das für ein Ort? Erstmal kurz in den Chat. Kuchen schreibt bei mir alles nice and dandy. Das hören wir noch gerne. Und Daddledrager schreibt auch alles okay hier. Und Kay schreibt auch alles gut. Ja, dann läuft es ja mit dem Stream wohl. Sehr gut. Ich bin beruhigt. Tristram. The Haradhrum of old imprisoned Diablo. The Lord of Terror beneath the earth. And then they built this town nearby. Clevere Idee, ne? So macht man das. Ja, das ist eine interessante Lampe dahinten, oder? Schön. Why do you want to stop Lilith? Warum möchtest du Lilith auffallen? Like the world the way it was, without Lilith. A little game of rebellion will only lead to chaos. You've already seen visions of the damage she can do. Yes, I know you were fed her blood. But do you feel it changing you? Perhaps not yet. But as long as Lilith walks in your world, it is only a matter of time. Judy. Dann gehen wir durch das nächste feurige Portal. Gewundener Weg. Mhm. Gehen wir mal weiter. Okay, dann lasst uns mal gemeinsam schauen. Findet den Weg zum horadrischen Gewölbe. Könnt ihr mir nichts schöneres vorstellen, als ein horadrisches Gewölbe zu besuchen. Hey, ich schreibe. Beste, was man machen kann. Dämonen einsperren und in der Nähe eine Siedlung gründen. Ist auch meiner Meinung nach das Beste, was du machen kannst, ne? Da geht ja dann auch kein Böser hin in Richtung deiner Siedlung, weil da sind ja Dämonen eingesperrt. Das könnte gefährlich werden. Ist immer sicher, ne? Und wenn du dann so eine Höllenschlucht unter dir hast, ist es auch immer warm, so so Erdwärme. Kannst direkt Fernwärme machen. Uah, Schattenlöschung. Bist ein bisschen sehr leise, Mädel. Könnt ihr vielleicht ein bisschen lauter reden? Also fühle ich jetzt nicht gegängelt oder so, aber du bist schon ein bisschen leise. Ich glaube, es wäre vielleicht echt clever, mal so eine Stunt-Fier-Echt-Gefährdlichkeit noch zu lernen. Aber weiß läuft ja schon ganz solide. Wenn ich mich nicht dumm anstelle, läuft es ja. Und da scheint das nächste Gewölbe zu sein. Wo geht es hier hin? Da. Dreigesichtige Statue. Sie ist wieder da. Letztes Mal hat sie uns auch schon in ein Gewölbe geführt. Los, interagiere damit. Oh, wir sind wieder zurück im Mistralwald. Moin. Was ist denn los? Sieht wieder so normal aus hier. Uppala. Hi. Wir sind hier eigentlich nur auf der Durchreise. Wir sind ganz nah. Ali schreibt, so, ich habe auch noch mal eine Heu, bist du eine Freizeit und geh noch mal schnetzeln. Vielleicht bis später, wenn du dann noch da bist. Ja, ich wünsche dir viel Spaß. Bis gegebenenfalls nachher noch mal. Also, wir schauen mal. 35 Minuten machen wir auf jeden Fall noch. Und dann gucken wir mal, wie müde hier der Rest so ist. Aber vielleicht sind wir dann gleich noch eine Stunde länger da. Wir sind halt auch noch nicht durch mit der Story, ne? Deswegen, also so ein bisschen was müssen wir vielleicht noch machen. Aber gucke mal. Wir schauen dann einfach mal. Die auf jeden Fall viel Spaß beim Monster kloppen. Und wir gehen jetzt erst mal rein ins Huradrische Gewölbe. Mucke ist cool. Die Mucke ist cool. Dann reden wir mal mit ihr. This is the place. Ist das der Ort? Das ist was ich erwartet. Aber lasst uns nicht Hoffnung geben. All wir brauchen ist ein Buch, ein Spell, um uns zu über den Black Lake zu helfen und zu stoppen, Lilith. Wobei, wenn es Twilight wäre, wäre es nicht nur ein Buch. Es wären alle Bücher. Sie müsste alle Bücher haben. Gehen wir mal schauen. Ist offen. Ich suche einen Zugang, ne? Warum haben du und deine Mutter nach diesem Ort gesucht? Ich bin nur neugierig. Verstehe ich. Ist fair. Warum nicht? Aber ich wusste, sie hat nicht lange geblieben. Dieses soorten Ding. Der Hunde. Es machte sie glücklich. Es machte mich glücklich, auch. Du hast die Antworten, die du jetzt wolltest. Ja, ja, sorry. Ich wusste ja nicht, wo ich da reinstoße. Das sollte jetzt nicht böse gemeint sein, ne? Also, was ist nicht böse gemeint? Dieser alte Kochtopf ist mit Rost überzogen. Hallo, Leute. Ich bin mich hier am Umgucken. Sucht nach einem Zugang zur Hauptkammer. Mach ich. Mach ich. Erstmal töten. Oh, Staffelratten. Ja, geil. Die gibt es auch hier. Riesen. Ich höre die Trapsen. Risen ist ein großartiges Spiel. Durdi. Naabend. Naabend, Durdi. Und auch dir ein herzliches Willkommen hier bei unserem Stream gegen die Einsamkeit an diesem wunderschönen Samstagabend. Seltsame Büchersammlung. Eine Vielzahl an Texten über lokale Geschichte, alte Königreiche und vergessene Religionen. Was ist das hier? Horadrisches Buch. Bringt das horadrische Buch zu Neyrell. Le. Neyrell. Machen wir. Bringen wir ihr mal das Buch. Ich habe hier ein Buch gefunden, das könnte helfen, diese Tür zu öffnen. Open the gate. Ich denke, es ist in Horadric-Kode geschrieben. Und hier, das gleiche Symbol auf der Tür. Ich habe eine Idee. Du möchtest einen Schritt zurücknehmen. Ja, besser ist das. Ja, das hat ja wohl geklappt, ne? Let's keep on. Sprich, Freund. Und tritt ein. Verstaubte Manuskripte. Viele dieser Notizen hier handeln von Mathematik und Astronomie. Jede Seite enthält Vermerke über Sternenkarten und Prophezeiungen. Schön. Altes Tagebuch. Donan brachte bei seinem Besuch ein Buch mit. Es handelte sich um ein uraltes Schriftstück, eine Schriftrolle der Visierei. Loreth wird nicht erfreut sein. Doch wenn ich eines Tages an seiner Seite kämpfen soll, muss ich alles studieren. Loreth ist weise, aber auch zaghaft. Ich werde mich ihm noch beweisen. Hört sich an wie ein Hüpfer-Schrecker bei Shedrick. Ja. Ja. Gibt's bei mir nicht, die Hüpfer-Schrecker. Ich erschrecke mich manchmal einfach so. Übrigens. Das Resident Evil 4 Remake ist draußen. Es hat durchweg bis jetzt richtig geile Bewertungen. Ich habe Resident Evil 4 ja noch nie gespielt. Und ihr habt euch ja alle schon länger mal wieder was Gruseliges gewünscht. Ich würde vorschlagen, wenn wir dann mit Pokémon durch sind, Resident Evil 4 würde ich sagen, wa? Okay. Was meint ihr? Ja, ja. Ich warte immer auf dich. Keine Sorge. Ich werde das hier ganz bestimmt nicht alleine machen, Alter. Da habe ich mal so richtig keinen Bock drauf. Was ist das denn hier Schönes? Oh, das sieht aber... Weiß ich jetzt auch nicht, Bruder. Das erinnert mich an... Irgendwie den Raum aus dem Add-on von Diablo 3. Wie auch immer das Add-on hieß. Da gab es, glaube ich, auch so ein Ding. Oder? Oh, hallo. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es hier wieder einen Stream gibt. Ihre Grüße drin raus und auch dir einen wunderschönen Abend hier bei unserem kleinen Stream gegen die Einsamkeit. Jawollo. Wir sind fleißig dabei seit... Fünf Stunden. Ja, aber eine Stunde geht gleich noch. Ich denke schon. Hallo. Kannst du diese Tür öffnen? Okay, schreib. Vorher vielleicht noch das Asia-Spiel vielleicht fertig spielen. Habe ich überlegt. Das Problem ist, das Ding ist halt leider echt nicht gut. Also das wird schlechter. Der Anfang ist cool. Wir sind ja noch relativ am Anfang. Es hat jetzt halt bei Angry Joe zum Beispiel auch auf die topbeschissenste Spielliste des Jahres geschafft. Und auch ganz viele andere haben gesagt, ja, es fängt solide an mit der Optik und dem Theme. Und danach wird es einfach nur noch scheiße. Und ja... Das scheint leider halt wirklich so zu sein. Wir sind jetzt gerade noch da, wo es noch halbwegs spannend ist. Aber es nimmt wohl rapide ab. Und da ist das dann die Frage, ob man das durchzieht oder ob man sagt, nee, komm, so geil ist es doch nett. Aber mir hat es eigentlich schon ganz gut gefallen. Wir waren halt auch nicht so weit, dass es nur noch grindy wird. Es ist immer nur noch ein Grindfest. Mit Dödel-Sachen. Und du hast halt irgendwie im Grunde nur vier Gegnertypen, die du immer wieder auf die gleiche Art und Weise besiegst. Es gibt halt so drei Vorgehensweisen, die du immer und immer und immer wieder machst. Und das machst du halt für Stunden um Stunden. Und viel passiert da nicht. Die Quests sind halt auch relativ belanglos. Die Main Story wird leider auch nicht besser. Das war so der Grund, warum ich gedacht habe, ich werde das wahrscheinlich eh machen. Aber wenn jetzt ganz viele sagen, wir wollen das unbedingt noch zu Ende gucken, dann können wir das noch durchziehen. Aber erst mal Pokémon. Wir haben ja leider damit angefangen. Und ich bin jetzt schon zu tief drin. Also das werden wir erst mal noch beenden. Das dauert aber, glaube ich, nicht mehr so lange. Wir sind jetzt noch eine Arena, müssen wir noch machen. Ich weiß nicht, wie viele dieser Basen und ähm... Das ist ja andere Kram. Team Star-Basen und die Kursgedämpfe. Das müssen wir noch machen. Aber ich glaube, auch da ist es nicht nur ein Ruftier. Und dann geht es schon. Dann geht es schon. Und danach ist sie wieder frei für Neues. Ich hätte halt auch mal wieder Bock auf einen Freund entklicken. Ich habe mir noch so ein schönes Gefahr. Was mir voll gut gefallen hat. Aber... Kamen wir auch schon länger nicht mehr zu. Das kenne ich auch selber noch nicht. Das hat aber gute Bewertungen bekommen. Und da könnten wir dann komplett zusammen rätseln, weil das kennt, glaube ich, noch gar keiner. Also. Freund, der Klick ist ja nicht mehr so das Genre heutzutage. Deswegen bin ich recht zupersüchtig, dass viele von euch noch nicht gefühlt haben werden. Schön sieht es ja aus. Wo kommt ihr denn her? Aus dem Boden? Ist das denn möglich? Na, ich habe gerade mit einem Blutwolf geredet. Fragen will ich nicht, wie irgendetwas möglich ist. Das ergibt eh keinen Sinn. Das sind müßige Fragen in dieser Welt. Müßige Fragen. Hallo. Oh, kein Wut mehr. Wir müssen mal hier ein bisschen... Wut aufbauen. Oh, sie werden rumleckern hier. Kein Geleckere. Hier werden keine Menschen begniet. Ja. Geht demutsvoll. Was ist hier los? Wieso geht das nicht? Warte. Ja, ich hack mich da rein, sag ich mal. Ich hack mich da rein. Eine Kiste. Ich bin noch nicht bereit. Das war auch der falsche Knopf, Bruder. Ja, dann nachladen. Das ist doch ganz entspannt, ne? Ich höre die Nachlade. Spannen. Sounds. Oh, ich höre Ketten. Ich höre Ketten. Was suchen wir eigentlich? Es sucht nach Hinweisen, wie man den schwarzen See überquert. Oh, einfach schwimmen, ne? Das gehört einfach schwimmen. Was ist das Problem? So musst du machen. Dann geht es schon. Na gut. Oh, was ist das denn? Also es ist da, aber ich kann damit nichts machen. Wahrscheinlich ist es so ein, du stirbst und du landest wieder hier, Thor. Wollen wir wetten? Weil jetzt wahrscheinlich gleich der nächste Boss kommt. Und das heißt, ich werde wieder gefordert. Also, lehnt euch zurück und schaut mir beim Versagen zu. Na, war doch klar. Warum nicht? Das ist kein Problem. Dann muss ich doch mal eben das Blut nehmen. Oh je. Oh, vorsichtig. Also, Feuerdinger müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht treffen. Oh. Oh. Oh, joioioioioi. Okay, dürfen wir nicht rein, weil... Da kriegen wir Schaden. Müsst du ein bisschen bitte achten, ob die sich heilt oder nicht. Oh, vorsichtig. Nee, gehe ich nicht rein. Das muss man jetzt machen. Oh, oh. Au, Mädel, was ist mit dir denn los? So leichter Aggressionsproblem am Start, wa? Hm, merke ich schon. Komm mal da raus. Nee, nee, da hier. Die Feuerkugel. Oh. Das war doch nicht so geil. Ihr seht, ich krieg schon wieder ordentlich aufs Fretzbrett. Ihr habt noch nicht mal zur Hälfte runter und wir gehen schon wieder die Tränke aus. Das ist schon mal wieder geil. Oh, vorsichtig. Ja, jetzt haben wir keine Tränke mehr. Scheiße. Oh, da. Ja, ja, ja. Das ist gut. Aufpassen. Oh, je. Ich würde noch ein paar mehr Tränke brauchen von dir. Oh, 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 oh. Hast du mal ein paar Tränke für mich vielleicht irgendwie am Start? Jetzt so ganz ernsthaft? Ich habe nur für einen Freund gefragt. Denn ich habe keine mehr. Und es sieht echt düster aus für mich. Ich will nichts sagen, aber... Oh, 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 oh. Oh, je. Ah, warte. Da war Ende. Das ist nicht so ohne, Leute. Das ist nicht so ohne. Jetzt sind wir wieder im Arbeitszimmer. Ja, scheiße, Bruder. Probieren wir es nochmal. Die wird wahrscheinlich wieder komplett vollgeheilt sein, wa? Ja. Ja. Also, ich finde die jetzt nicht ohne. Das Problem ist, wir gehen halt einfach die Tränke aus. Und ich habe nicht wirklich die Möglichkeit, da jetzt groß auszureichen oder so. Na, hier diesen Angriff kannst du ausweichen, ja. Aber ich muss ja auch ein bisschen Damage Ausstieg machen, ne? Und hier in diesem... Ich habe jetzt nicht so wirklich die Möglichkeit, da groß was zu tun. Hier können wir jetzt ausweichen, ja. Oh, oi, oi, oi. Was ist hier denn los? Hier wieder ausweichen, wenn da was kommt, ja. Guck mal. Ausweichen. Das ist so ein Geistergedönste. Ja, oah, ausweichen. Da haben wir jetzt mal gar keinen Bock drauf. So, eben hier ein bisschen hauen. Und weg. Ausweichen. Ja, 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 nee. Au. Oh, oh. Nee, 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 nee. Ich finde die hier nicht, wie sagt man, ein Bockenbinder. Das machen wir mal gar nicht. Oh, nee, nee, nee. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, oh, was ist hier jetzt passiert? Nein, 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 nein. Muss hier raus, muss hier raus. Hier sind so Explosionen, da bleiben wir schön weit weg. Auch da bleiben wir schön. Oh, ich kann mich, ich kann nicht ausweichen. Oh, nein. Weg. Oh, nein, 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 nein. Ich brauche die Tränke. Tränke. Ja, ohne Tränke wird das nichts mehr. Oh, nein, nein, ich kann hier ausweichen. Oh, 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 oh. Ich brauche halt einfach Tränke, das ist das Problem. Oh, oh, oh. Was soll ich denn tun? Nee. Also da ist einfach der Damage-Aufpunkt ist zu niedrig, sag ich euch, wie es ist. Das geht Solo gerade echt nicht gut, klar. Also nicht mit der Art und Weise, wie ich momentan geskillt habe. Das funktioniert wirklich nicht. Die Sache ist, wenn ich jetzt weiter level, weil ich was anderes mache, ne, level die mit. Das ist die Frage. Oder wir skillen jetzt einfach mal kurz entspannt um. Vielleicht haben wir auch noch irgendwas, was uns verbessert, aber... Die drückt schon ordentlich einen raus, also bei aller Liebe. Wir haben auch noch nichts zum reinsockeln, oder? Mal gucken. Waffe, Schaden für Grundfertigkeit. Nee, ist noch nichts. Haben wir noch keine Sockel. Wie ruhig du da bleibst. Ich steigere mich da bei den Kämpfen immer mega rein. Ich hab das schon gelernt im Laufe dieser Beta. Die sind tatsächlich ein wenig übel. Also im Vergleich bei aller Liebe. Wenn du dir die anderen Diablos anguckst, wenn du das erste Mal einfach das Spiel durchspielst, Solo, und du spielst auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad, dann strengst du dich da kein Stück an. Hier sind wir richtig am Leiden. Also hier musst du schon wirklich... Hier geht ein bisschen was. Also, ich bin... Finde ich aber nicht schlecht. Also es macht schon Spaß. So ist jetzt nicht. Aber ich glaub, wir müssen wechseln. Ich glaub, dieser Wirbelwind bringt uns nichts mehr. Das ist einfach nicht gut genug. Wir müssen, glaub ich, für sie mal ein bisschen, äh, umbauen. Die Frage ist, was? Hier oben haben wir übrigens Paragon. Voll geil. Also es gibt wirklich Paragon. Was machen wir jetzt? Raserei ist offensichtlich nicht so geil. Wir brauchen einen grundlegenden Angriff. Wir könnten den Heap benutzen. Wo ist das Schaden? Wenn ihr Gegner viel mal treffen habt, betäubt euer mächtigen Heap. Wir nehmen mal den... 1, 2, 3, 4, 5... Verbessern den auch. Und... Wenn der mit Schaden zu 3 Wut erzeugt, oder... Das da. Dann ist jetzt die Frage. Was nehmen wir denn noch? Einen Boost oder sowas, so einen Schrei bräuchten wir eigentlich auch schon noch. Schlachtenruf. Lässt ein Schlachtenruf erhalten. Bewegungsgeschwindigkeit. Eure Ressourcen. Wir brauchen eher mehr Damage-Output. Das wäre das hier, glaube ich, ne? Kriegsschrei. Sind wir noch nicht so weit. Wir müssen noch mehr ausgeben. Dann nehmen wir mal statt das da. Könnten wir den Hammer nehmen oder zerteilen. Spaltet Gegner vor euch, wodurch ihr ihn spalten. Doppelschwung. Schüttet eure Waffe aus entgegengesetzter Richtung und verursacht noch mehr Schaden. Könnte klappen. Könnten das mal versuchen. Ist auch ein Basisangriff. Schauen wir einfach mal. Jetzt haben wir noch 6 Fertigkeitspunkte. Ich würde sagen, wir gehen einmal auf diesen Schrei. Schallenlang eure verursachten Schaden erhöht. Berserker-Modus. Wir ballern den jetzt noch. Berserker-Modus. Nee. Ja. Und jetzt haben wir noch einen über. Da nehmen wir jetzt stumpf den Hammer. Knirrt es noch mit dem Hammer der Urahn rein. Einfach mal ausprobieren, ob es klappt. Könnte klappen, muss nicht klappen. Ich bin ein bisschen verzweifelt. Wir könnten natürlich jetzt auch weiter questen, aber ich versuche es jetzt noch einmal. Wie sieht es denn mit meiner Haltbarkeit aus? Noch geht es. Die ist nicht ohne. Also bei aller Liebe, man kriegt hier schon ordentlich aufs Fressbrett. Muss man einfach sagen. Die haut ordentlich zu. Alter, wie langsam wir angreifen. Schau, ich bin Bruder. Ich bin noch nicht bereit. Nicht ausgewichten, ich hoffe doch. Ich bin noch nicht bereit. 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 Wollte den Trank bitte haben. Wo ist sie denn jetzt hin, die gute Dame? Hey, wo? Nicht weg von dir, was du hier gerade tust. Oh, ich kann auch nie ausweichen. Das ist halt echt das Problem. Okay. Oh nein, Explosionen. Jetzt stirbt du noch nicht mal. Komm schon. Oh, danke schön. Also, umskillen hat geholfen, Leute. Manchmal muss man auch einfach mal ein bisschen umskillen. Das nützt nichts. Alter. So, gib mir mal das Buch. Ja, ich glaube auch. Ich würde sagen, wir bleiben doch jetzt auch erst mal dabei. Wieso denn nicht? Ja, kann man ja mal machen. Damage Output ist auf jeden Fall deutlich höher. Wo führt uns das hin? Teleporter. Wohin? Zurück zum Arbeitszimmer. Ach, dafür war das Ding da. Alles klar. Ja, dann komm. Kongratulation. Dankeschön. Dankeschön, Kuren. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, wo geht's denn da noch hin? Oh, da komme ich nicht durch. Okay. Bringen wir erst mal das Buch. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich. Ja, es war, äh, durchwachsen, sag ich mal, aber halt funktionieren, ne? I found this book. Ich habe dieses Buch gefunden. Interessant. Danke. Das klingt nach einem super guten Plan. Sag ich doch. Das ist alles, was wir haben. Meine Mutter wird uns durchführen. Na gut. Wenn du das sagst, ich habe ein gutes Gefühl. Was soll denn schief gehen? Okay. Junge Gelehrte. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir nächstes Mal, also nächstes Wochenende dann, gemeinsam losziehen. Dann ist das nicht so anstrengend für mich. Soll das so sein? M, S, düsterer, F, S, düsterer, N, S, düsteres, P, düstere. Ja, würde ich schon sagen, kann ich mit agree, ne? Das ist, äh, das ist perfekt für so ein Wandtattoo oder sowas, ne? Ich dachte, ich habe etwas gehört. Aber, Dämonen? Wie ist das möglich? Ich weiß nicht. Es könnte nicht das Horatrim sein. Der secretive, aber der würde nie so einen Weg folgen. Rathma, das kann nicht eine Coincidence sein. Du meinst, dass wir hier Rathmas Buch gefunden haben und Lilith nach ihm gehen? Meine Mutter sagte mir mal, es gibt keine Coincidenz, wo Immortale enthalten sind. Hm, so schaut das aus. Reich der Schätze ist einfach nur geil. Kompletter Abfuck, Englisch, Deutsch. Wir brauchen noch eine Heilung. Vielleicht könnte das Kassiedrall helfen. Du solltest sie besuchen. Du solltest sie besuchen. Ach, guck mal, hier. Extrahierung und Einprägen sprecht mit dem. Barbar, Meister des Kampfes. Uh. Hohrangige Quests. Okay, ich habe, glaube ich, ein bisschen... Aber da dürfen wir, glaube ich, nicht hin, ne? Trockensteppen und so, das gibt es alles gar nicht. Oh, Dingsbums. Rufe 18. Neben Quests haben wir keine mehr. Dann müssen wir ja das machen. Um. Sprecht mit Mutter Oberin Brava in Chorvala. Ja, gerne. Dann machen wir das doch mal. Äh, hier raus. Oder können wir direkt zum Townportal. Wir gehen direkt zum Townportal. Oh, ab geht's. Mutter freut sich bestimmt. Mutter freut sich bestimmt. Düdel-düdel-dü. Moin. Wie sieht es denn hier aus? Einen neuen Talisman. Widerstand gegen alle Schadensarten. Ja, besser. Und ein Sockel. Geil, oh Mart. Rüstung, die nicht besser ist. Nö, nö. Rest kann weg. Der Rest kann weggeäumelt werden. Gehen wir erstmal in unsere, zu unserer Kiste. Die ist ja gleich da vorne. Moin. Kann man die stacken? Man kann die stacken. Alter, was? Wie cool ist denn das? Endlich stackbare Edelsteine. Megaschön. Done. Kurz verkaufen. Nö, 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 nö. Hallo. Wollte ihn eben kurz verkaufen. Anything else? Nö, nö, nö. Alles gut. Dankeschön. So. Dann müssten wir eigentlich zu einem Schmied, aber irgendwie läuft das hier nicht, weil es gibt hier irgendwie keinen, was sich fast... Doch, da. Bin ich dumm, oder was? Da ist auch ein Schmied. Der ist sogar in dem gleichen Kackgebäude. Ich bin einfach nur komplett dumm. Wow. Wie blöd kann man sein? Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Alles reparieren, bitte. Danke. So. Das war ja mal selten dämlich, würde ich mal sagen. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt müssen wir mit der Mutter reden. Wo ist denn die? Alter, die ist ja voll weit weg. Die ist ja richtig weit weg. Okay, bevor wir mit der Mutter reden, wo wir jetzt gerade mal hier sind, hier gibt's irgendwie Aufwertungen für den Heiltrank. Let's go. Das sollten wir mal mitnehmen. Solche Quests sollte man nicht wegignorieren. Ja, guck mal. Hallo. I want to increase the Potency of my Healing Potion. Mehr Druck auf die Heilungs-Portion da. Well, you certainly have the look of someone who spends a lot of time in the wilds. I expect you'll also want some of my Elixirs. But let's focus on your healing potion for now. Gerne. Gerne. I hope some extra materials we can use this time. If you want to improve your healing potion further or craft any Elixirs, you'll need to source your own ingredients. Das sollte kein Problem sein. Ich hab genug Zeug am Start. Die Wirksamkeit eures Heiltranks kann beim Alchemisten aufgewertet werden. Aufwertungen erfordern Gold und Kräuter, die in der Welt gesammelt werden können. Sieht lecker aus, schreibt Uli. Die Füllungen von Heiltranks können erhöht werden, indem ihr in jeder Region Sanktuarius an Ansehen gewinnt. Das Ansehen in einer Region wird auf der Karte angezeigt. Elixirs. Brut zu order. Jetzt haben wir momentan einen schwachen Heiltrank. Dann hätten wir hier einen winzigen Heiltrank. Hierfür benötigen wir Stufe 20. Den Rest haben wir schon, aber wir müssen noch Stufe 20 werden. Das haben wir also leider noch nicht erreicht. Damit wäre das erledigt. Machen wir weiter. Map. Was haben wir noch? Extrahierung der Einprägung. Sprech mit irgendwem. Okulisten sind Meister der mystischen Künste und können bei der Extrahierung und beim Einprägen legendärer Aspekte helfen. Sucht Demihan in Goya Shad auf. Wo ist das? Da. Kann man auch mal einfach so lange rauszögern, solche Spiel, grundlegenden Spielfunktionen zu erlernen. Ich habe das einfach wegignoriert, weil ich doof bin. Hi. You see those fools up at the cathedral? Geil, das ist trottel, ne? Groveling, crying like dogs. Like dogs. Kannst du dich ausdenken, tschüss. Moin. Brecht mit Demjan. As I'm sure you know, even seemingly mundane objects, sometimes contain great power. I can help you rest that power free. The process will break down the original object, leaving behind the pure aspect of its mystical power. Mystical power. Think of it as ripping the soul from one body and transferring it to another. Not that I would ever dream of such a thing, certainly not with an ear shot of the cathedral. The process will break down the original object. The process will break down the original object. Müssen wir jetzt aber erstmal nicht machen. Wir können es trotzdem mal ansprechen. Ich habe leider alle meine Gegenstände gerade verkauft, deswegen ist es ein bisschen doof. Aspekt extrahieren, Siegel herstellen, Siegel wiederverwerten. Was ist denn Siegel herstellen? Heilig. Amen. Siegelpulver, okay. Oh, das zieht ihr schon wieder. Father bless. Was haben wir noch? Barbar, Meister des Kampfes, sprecht mit Schmiedemeisterin Gerti in Kettberdow. Was denn? Kann ich da hin? In dieser, das kann ich ja fast gar nicht glauben. Ist das alles noch erlebbar? All diese Gebiete hier. In die Trockensteppe und so. Alter, das gucken wir jetzt mal. Let's go. Wobei, wir haben noch 31 Sekunden. Dann ist erstmal Pause. Und Spaß, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal Pause. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir wirklich in Richtung der Trockensteppe gehen können. Was bedeutet, ich würde sagen, ein Stündle machen wir noch, ja. Wer noch Bock hat, ist gerne noch ein Stündle gleich mit dabei. Wer schon müde ist und ins Bettchen möchte, dann wünsche ich schon mal eine gute Nacht. Kommt gut zu liegen. Und ansonsten, den Rest sehen wir uns dann gleich in entspannten 5 Minuten wieder, würde ich sagen. Und dann gehen wir über, aber wirklich letzte Runde dann für heute. Danach muss ich auch mal zu liegen kommen. Aber ein Stündle schaffe ich wohl noch. Alleine, weil ich jetzt neugierig bin, ob man den ganzen Weg da hingehen kann. Das würde uns nämlich in die Trockene Stempe führen. Und dann sind wir mal ganz raus aus diesem Eisgebiet. Ja, holt mich schon ein bisschen ab. Dann würde ich sagen, versorgt euch mit was zu trinken. Holt euch Knabberkram. Und dann sehen wir uns gleich entspannt in 5 Minuten wieder. Bis gleich. Bis gleich, meine Lieben. Bis gleich, meine Lieben.